Die rechte Hand wie beim Händedruck halten und links den Schläger senkrecht am Schlägerherz halten. Jetzt die rechte Hand an den Griff führen. Der Unterarm ist nahezu waagerecht hinter dem Schläger. Handshake und zugreifen. Die V-Spitze sollte innerhalb dieser Linien sein. Die V-Spitze sollte innerhalb der Linien sein. Bis zum nächsten Mal.